Ring, 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 Hashtag Lappenalarm! So, hallo und herzlich willkommen zu uns, glaube ich, von Hashtag Lappenalarm. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, ne? Wir haben wieder ein, hehehe, ein schönes Thema, nämlich gar keins! Die Leute, das bleiben gerade ein bisschen in den Chat voll. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber wir hören einfach mal, was die Leute so zu sagen haben, ne? Dann nehmen wir doch erst mal den guten Max mal wieder. Hey, ho, Max! Haha, und nabends. Ja? So. Ja, meine Fragen sind so ein bisschen, ja, so ein bisschen anders als sonst. Und zwar, meine Fragen sind erstens, wie siehst du selbst deine Entwicklung von XXX Media zu jetzt? Und wo siehst du dich in fünf Jahren? Ja, sei bei XXX Media starten oder noch beim, äh... Ja, ja, also deine Entwicklung von XXX Media oder deinem ersten Kanal bis jetzt. Wie siehst du ungefähr deine Entwicklung? Ja, meine Entwicklung ist ja, sie hat sich jetzt nun hingezogen über... Boah, warte mal. Ich hab mit zwölf angefangen, bin jetzt 19. Sechseinhalb Jahre mache ich jetzt YouTube, Leute. Ähm, sechseinhalb Jahre über mehrere Kanäle verteilt. Ihr könnt jetzt aufhören zu spammen, ist okay. Okay, ist okay. Ich sag das nie wieder, ganz ehrlich. Und dementsprechend, also die Entwicklung ist halt krass, so, ne, wenn man halt mal überlegt, äh, ich kann halt an meinen Videos erstmal verfolgen, wie ich so im Stimmbruch war und wo ich dann draus war, äh, wie sich meine Videoqualität nach und nach verbessert hat, wie sich meine Sprechweise nach und nach verbessert hat. Die Versprecher von früher hab ich immer noch drinnen, aber ich weiß mittlerweile besser, wie ich die umgehen kann, beziehungsweise wie ich die mit meiner Sprache besser kaschieren kann. Ähm, durch Mimiken, Gestiken und so weiter und dementsprechend hat mich YouTube, äh, ja, hat sich alles entwickelt, das ist richtig. In fünf Jahren, keine Ahnung, was ich da mache. Ähm, ist natürlich schwer vorauszusagen, ob's da mal, es gibt ja immer meistens so irgendwelche Events oder irgendwelche, äh, auf, irgendwelches, irgendein Auftreten, wo der Kanal auf einmal einen, ähm, unvorhersehbaren Turn nimmt. Zum Positiven oder Negativen, das weiß man immer nicht so ganz. Davon hatte ich ja schon mehrere, ähm, dementsprechend, keine Ahnung. Ich hoffe natürlich, dass ich dann, äh, in fünf Jahren von YouTube leben kann, aber die Hoffnung ist gering. Denkst du, dass du, also, du, dein Ziel ist Vollzeit-YouTuber zu werden? Denkst du, du wirst es mit reinem Wrestling-Content schaffen? Naja, was heißt, ähm, Vollzeit-YouTuber? Also, YouTube soll letztendlich Mittel zum Zweck sein. Also, ich kann mir dann vorstellen, dass ich dann im Auftrag von irgendwelchen, ähm, Unternehmen, denn sowas wie 2K16 News mache oder so, ne 2K? Und dann dadurch, äh, Gehalt bekomme oder so. Ähm, also, nicht mit einem Kanal alleine, sondern dass man YouTube als, äh, Publicity-Plattform nutzt und dann daraus irgendwie Gewinn schlägt. Als Beispiel nehme ich da gerne den Kanal Video Creators von, ähm, aus den USA, der Tim Schmeuer, der hat auch nicht wirklich krass viele Views, äh, pro Video, aber der verkauft halt im Prinzip ein E-Book, wo er den Leuten, ähm, Tipps gibt, ähm, so ein 30-Tage-Hausaufgaben-Ding, wo man jeden Tag eine Hausaufgabe macht für seinen YouTube-Kanal, um ihn stetig zu verbessern. Und damit macht er hauptsächlich seinen, ähm, Gewinn beziehungsweise unterstützt Leute, äh, in Einzelgesprächen. So, und, äh, sowas in der Art könnte ich mir vorstellen, dass ich sowas mal mache oder so. Okay, und letzte Frage, steht für dich im Moment eher, äh, im Vordergrund, dass man mit den Videos Geld verdient oder so, wie das, wie es YouTuber eigentlich mal war, dass die Videos Spaß gemacht haben, dass man Spaß gemacht hat, Videos zu machen oder steht für dich im Moment im Vordergrund, ich muss, äh, ich will damit so viel Geld verdienen wie möglich? Ja, ähm, so viel Geld wie möglich will ich nicht sagen, ich würde gern, äh, also mein Ziel ist ja, wie gesagt, einfach nur davon leben zu können, ich brauche nicht unbedingt viel, ähm, äh, der Spaß muss natürlich dabei sein, weil ich merke ja, ähm, ihr merkt ja auch selber, wenn ich keinen Bock mehr auf Serien habe, dann macht ihr auch nicht weiter. Ist meistens dann, ist meistens dann auch so, dass die Serien, die, äh, die nicht so erfolgreich sind, auch die Serien sind, wo ich nicht so viel Bock drauf habe. So, äh, und das ist ja ganz normal, dass man bei 2K15 irgendwann Langeweile bekommt, weil 2K15 ist und ein Jahr schon alt ist, ähm, und dementsprechend halte ich für den Prozess, halte ich den Prozess für normal, ähm, ja, so eine Mischung ist schon richtig, ja, die Mischung zu finden ist immer schwierig, also ich versuche schon Videos zu machen, an denen ich mindestens halbwegs Spaß habe und die trotzdem einiges an Interesse gewinnen können. Ja, aber macht es dir wirklich Spaß, ein Jahr lang fast nur ein wirkliches Spiel zu spielen? Weil ich meine, das hast du ja vorher nicht gemacht, wenn man zurückguckt, äh, WWE 12, SmackDown vs. Roll 2011, äh, oder auf jeden Fall bei den Spielen, hast du es ja auch nicht ein Jahr lang hingezogen. Du hast halt, ähm, die, den Season-Mode durchgespielt. Ja. Und bist dann halt weitergegangen zum nächsten Spiel. Damals konnten man ja die Spiele noch voten, äh, was jetzt nächstes vorher kommt. Und das, das Ding ist ja, ich hab ja, ich hab ja erst angefangen, die aktuellen Spiele zu spielen ab WWE 13. Mhm. Und dann auf der Wii, so. Und das war kacke, und dann hatte ich halt meine, meine Retro-Games und so, und da hatte ich ja noch so gut wie noch keine Let's Plays gemacht und dementsprechend, also noch nicht so viele Games Let's Played, wie ich jetzt habe, dementsprechend ging dann bei dem Voten auch relativ gut. Aber ab 2K14 hab ich das immer ein Jahr lang durchgezogen. Ja, und ist das eigentlich... Und ab 2K14 ging's ja dann auch bergauf und dementsprechend hab ich mir gesagt, 2K14 kommt gut an, dann ziehst du es halt durch. Und, äh, ich spiel ja auch nicht so, ähm, die aktuellen WWE-Games in meiner Freizeit, dementsprechend passt das schon, wenn ich jetzt einmal pro Woche spiele. Okay. Aber, also, es wird dir nicht langweilig, wenn du sagst, äh, weil ich, ich weiß noch, als ich glaube, anfangen, das Jahr hast du gesagt, auf 2K15 hast du eigentlich schon keinen Bock mehr. Ja. Daran erinnere ich mich noch, dass du das im Stream gesagt hast. Das ist richtig, aber da hatte ich, da hatte ich ja auch, was weiß ich, wie viele, 2K15-Videos pro Tag, da hatte ich ja, da hatte ich ja Challenges, MyCareer, Showcase. Mhm. Da hab ich ja manchmal in der Woche dreimal aufgenommen und ich erinnere mich, ähm, ähm, es gibt, ne, warte mal, als, als 2K15 rauskam, da hab ich ja wirklich, weiß ich nicht, ne Woche jeden Tag aufgenommen, jeden Tag aufgenommen. Sodass ich am Tag 5 Videos raushauen kann, ne, he, 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 und dementsprechend ist da die Euphorie schnell vorüber. Gut, Max, du bist schon 6 Minuten in der Leitung, noch schnell eine kurze Frage. Ähm, wie ging, wie, was hast du heute so alles gemacht? Und, äh, was hast du am Wochenende gemacht? Ich hab am Wochenende nicht viel gemacht. Ich hab, ich hab hauptsächlich, äh, Breaking Bad geguckt. Ähm, am Samstag, da bin ich irgendwann nachmittags aufgestanden. Dann war hier in Anclam so ein, ja, wie kann man, so ein Outdoor-Theaterstück, wo im Prinzip unsere ganze Family hingeht, wenn sich Pene brennt. Pene, so heißt der Fluss hier. Und das, ähm, da spielen auch ein paar Verwandte von mir mit. Ähm, das haben wir geguckt. Dann war meine Freundin hier. Hat gepennt. Und dann hat er gegessen. Breaking Bad geguckt. Und jetzt bin ich hier. Gut. Ähm, ich mach meine abschließenden Worte. Schönen Gruß an Manu und an Perkix. Solltest du noch mal bei Lappenalarm sein. Bitte mach, nimm ein Thema, auf das ich dir Kontra geben kann. Dann, das ist, das wäre vielleicht, wäre sehr schön. Alles klar. Ja, Max, du hast die Hälfte der Lappenalarm-Ausgabe, äh, eingenommen. Hat wahrscheinlich auch was zu tun mit meinen langen Antworten. Hab noch einen schönen Tag, ja? Dir auch. Tschüss. Tschüss. Boah. Daniel wird Fragen konfrontiert. Konfrontiert. Hab ich mir auch mal Hals und Kragen geredet, ne? Und irgendwie nicht allzu schlecht dazustehen. Ihr wisst doch, ich bin doch geldgeil. Geldgeil. Alter, ist total egal, wie meine Freundin heißt. So, nehmen wir doch direkt den Jonathan. Jonathan, komm. Jetzt ist auch egal, wie wir alles rannehmen. Dann willst du auch noch sieben Minuten in der Leidigung bleiben. Mehr. Ja. Obwohl, mehr geht ja nicht. Du hast ja eine begrenzte Sendezeit. Schade. Ja, sieben Minuten sind 15 Minuten. Auf geht's. Okay. Ähm, ich wollte dich fragen, da du ja die ganze Zeit so über Breaking Bad philosophierst, was so... Ich hab zweimal in der Episode hier erwähnt. Oder so. Okay. Ja, das ist für mich philosophieren. Was deine Lieblingsserien sind? Ja. Ähm, ich glaub, ich hab ein Problem, Leute. Wenn ich mit der Serie anfange, dann muss ich auch durchgucken. Aber sowas von schnell. Ähm, dementsprechend. Vielleicht bin ich süchtig. Ähm, ähm, ich hab mir meine Lieblingsserien. Oh Gott. Das ist genau so eine Scheißfrage für die Lieblingswrestler. Ähm. Ich hab vor kurzem Orange is the New Black durchgeguckt. Die fand ich sehr gut. Breaking Bad find ich sehr gut. Eigentlich, wenn ich eine Serie durchgucke, dann fing ich sie schon sehr gut. Also, ich könnte im Prinzip jetzt alle Serien nennen, die ich irgendwann mal geguckt habe. Fresh Prince. Äh, also Prinz von Bel-Air. Äh, was war da noch? Tour of Man I durchgeguckt. Big Bang Theory. How I Met Your Mother. Äh. Two Broke Girls. Melissa & Joey. Ähm, das sind alles Sitcoms. Ich bin vor kurzem erst umgestiegen auf Serien, die keine Sitcoms sind. Und dementsprechend hab ich so einen ganzen Markt vor mir und kann mir alles noch hinballern. Na, das ist doch... Das ist doch schön. Ja. Ähm, ja. Ansonsten, ah, im Deutschen, ähm, der Tatortreiniger. Sehr schöne Serie. Könnt ihr euch angucken. Finde ich auch sehr interessant. Leider kommen ja pro Jahr drei, vier Folgen nur oder so. Okay. Ja. Also, ich kann dir nochmal eine Empfehlung raushauen. Das muss ich einfach tun. Ich bin gerade am Sons of Anarchy gucken. Ja. Und ich, ich liebe diese Serie so. Ich hab erst zwei Staffeln gesehen. Ja. Und ich hab noch fünf vor mir. Und es ist einfach richtig krass. Ja, ich sollte die mal für meinen Bruder, ähm, kaufen. Äh, bestimmt halt die noch auf der Platte, ja. Ähm, ich weiß nicht. Ist das nicht... Ist das nicht... Ja, beschreib mal die Serie kurz. Ähm, ne Motorrad Gang, die komplett badass ist. Also, das ist richtig, richtig nice. Ja. Und dann halt, äh, ich will jetzt nicht spoilern, Drogenhandel und so weiter, das volle Programm. Okay. Okay. Oh, gut. Äh, ja, also, ich tue mir echt schwer, mich irgendwie festzulegen. Und ich, ich hab echt ein Problem. Und vor allen Dingen, ich hab mir jetzt Netflix zugelegt. Und das Ding ist ja, bei Netflix startet die Episode, die nächste Episode in der Staffel einfach von alleine. Du musst nicht mal mehr aufstehen. So. Und dementsprechend dann sag ich, ach, fuck, jetzt müsste ich jetzt aufstehen. Okay, dann guckst du noch eine. Und dann hast du auf einmal acht, acht Folgen, eine Stunde hinter deinem Ende. Guckst du? Und dann dachte ich, ach, schon wieder eine Staffel, fast um. Naja. Ja, da gönnt man sich halt einfach mal. Netflix, kannst du es empfehlen, Netflix? Ich hab's ja, äh, nicht zu sagen. Ich hab, naja, ich hab, ich hab mir erst den Probemonat jetzt geholt. Hab direkt gekündigt. Ähm, muss einfach mal so gucken, wie das ist. Ähm, kann man ja auch mit PayPal machen. Äh, das Doofe ist, bei ganz, bei den ganzen Streamingportalen sind nicht, oder sind oft nicht alle Staffeln von einer Serie verfügbar. Ich glaub, Breaking Bad hat irgendwie sieben Staffeln, fünf sind aber nur bei Netflix verfügbar. Dementsprechend ist das ein bisschen doof. Das ist bei anderen Serien genauso. Ähm, aber ansonsten, von der Performance her ist Netflix echt super, ja. Ja, du kannst also bei den meisten Serien, ich gucke ja meistens im Originalton und das Gute ist, dass dann auch die Einstellungen direkt übernommen werden. Das heißt, wenn ich die erste Staffel, ähm, und erste Folge in Deutsch, nee, in Englisch gucke und mit englischen Untertiteln, dann wird das auch übernommen für die nächsten Folgen. Und das ist sehr praktisch für mich. Das ist auf jeden Fall nice. Ja, Netflix needs Lucha auf jeden Fall, wollte ich hier noch anmerken. Also wenn die, wenn die... Achso, Breaking Bad hat nur fünf Staffeln. Okay, dann hab ich alles zurückgenommen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ähm, ja genau, da gab's ja die Initiative von Fans, ne? Auf jeden. Also ich weiß nicht genau, wann die neue Staffel Lucha Underground kommt, aber ich bin ein riesiger Fan davon. Hoffentlich im November, so wie letztlich auch, ne? Äh, also das wurde schon dementiert sogar, es wurde so gerüchtet Anfang nächsten Jahres, hoffen wir dann mal das Beste auf jeden Fall. Okay, Breaking Bad ist wirklich vollständig bei Netflix. Och nö, dann bin ich ja übermorgen fertig. Dann hab ich in einer Woche Breaking Bad durchgeguckt. Och nö. Och schade. Och nö. Ich hab jetzt noch 15 Folgen vor mir. Äh, gut, ihr unterteilt, Einrufer wird gerne auch einen bekommen. Okay, ich wollte noch Grüße an Max senden. Ja, okay. Ich pack's immer noch nicht, dass er sich traut, hier noch anzurufen. Ach so. Ich hab ihn doch letztes Mal so geburried. Beef, beef, beef. Alles klar. Er traut sich einfach wieder hier anzurufen. Alles klar. Das ist eine Schande. Schande für deinen Kanal. Hat mich gefreut. Für deinen Livestream. Ich hoffe, dein Livestream. Und ich unterbrech dich nur, ja. Ich hoffe, dein 8-stündiger Livestream war erfolgreich. Ähm, und... Mehr oder weniger, ich war dann nach halb tot, nach 8 Stunden Supercard. Aber 8 Stunden geht doch noch. 8 Stunden? Äh, ich weiß, viele machen 24 Stunden. Und ich bin nach 8 Stunden schon halb tot. Ja. Und nach 6 Stunden... Aber du hattest ihn noch so krass durchstrukturiert, ne? Ja, natürlich. Mit einem ganzen Themenplan auf jeden Fall. Du hast gefehlt, Mann. Die Leute wollten dich. Die waren heiß auf dich. Ja. Am Ende standen sie dann mit Mistgabeln und Fackeln vor meiner Haustür. Ich hatte schon Angst. Ja, das Ding ist, ich brauch nur mal meinen Schlaf. Und dann, wenn ich bis 17 Uhr schlafe, und dann musste ich ja schon los. Dementsprechend. Sorry. Hättest du... Ach nee, danach konnte ich auch nicht, weil meine Freundin nie war. Sorry. Die hättest ja mit reinschneiden können. Das wäre ja überhaupt kein Problem gewesen. Aber gut, ich will dich jetzt nicht länger aufhalten. Hier will bestimmt noch jemand rein. Äh, falls das überhaupt noch möglich ist. Äh, gut. Also, hau rein, gell? Tschüss. Ciao, ciao. Oh Gott, was ist das für eine Lappen-Alarm-Ausgabe? Das ist eine Quatsch... Korkfappen-Alarm-Ausgabe hier. So. Äh, letzter Anrufer. Der... Shadow. Hallo. Hallo. Stell dich vor. Ich bin Shadex, Adrian, du kennst mich bestimmt. Ja, klar. Auf jeden Fall, ich wollte nur kurz was fragen. Früher war es ja Hulk Hogan, so das Gesicht der WWE. Jetzt ist es Sina. Was denkst du, wer ist es nach, also wenn Sina nicht mehr da ist? Hui, das dauert noch eine Weile, wa? Wie alt ist Sina jetzt? 41, 42 oder 36 oder so? Keine Ahnung. Gucken wir mal nach. Und dann können wir mal schätzen, wie lange er noch ungefähr dabei sein wird. Okay. Sina 38 sagt, sagt der Sina. Ähm, das ist korrekt. 38 ist der Kollege. Das heißt, er wird noch mindestens 8, 7, also mindestens 5 Jahre wird noch dabei sein. Und fähig ist der WWE sein. Ah, ich finde Seth Rollins ist schon eine gute Wette. Ansonsten... Ich hoffe nicht Roman Reigns, aber ich kann es mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Was meinst du denn? Keine Ahnung, ich glaube, irgendeine NXT-Superstar, so Finn Balor, Kevin Owens. Als Gesicht der WWE, Balor vielleicht, das kann ich mir eventuell vorstellen. Zay nicht, der wird leider nur mit Kader. Ähm, ja... Ansonsten Cesar vielleicht noch, aber der ist leider kein Amerikaner. Und er ist schon, also auch nicht mehr so. Ist er noch jung überhaupt? Der sieht nicht so jung aus. Wer? Cesarro. Cesarro, der ist 30 irgendwas. Kurz, ein bisschen, also ich glaube 31 oder so. Gucken wir mal. Der ist noch ganz jung dabei, glaube ich. Cesarro. Cesarro ist 34. Ja, dann geht es ja noch. Ja. Okay, das war eigentlich meine Frage. Alles klar. Danke, Adrian. Habt ihr auch einen schönen Tag, ja? Ja. Tschüss. Und dann viel Spaß beim nächsten Mal, wenn du verlierst, gell? Ciao. Ja, tschüss. Das war der gute Adrian. Ich glaube, diese Aussage bezog sich auf unser Rocket League-Duell. Ähm, und dann warst du auch schon mit der heutigen Ausgabe. Wir sind ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Wir hatten im Prinzip 2,3 Anrufe. Wenn man so möchte, ne? Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Dann mit der Night of Champions Community Preview. Äh, wo ihr anrufen könnt und dann Tipps abgeben könnt. Und dann sehen wir uns. Daumen hoch. Cool. Er bleibt los. Euer Franz. Euer Witz auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.